hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ihr im talk heute habe ich einen ganz tollen gast nämlich peter lonzek und wir werden ihr kennt ihn als synchron sprecher und als überhaupt hörbuch sprecher als schauspieler aber wir werden heute über die 80er jahre reden er hat bei mir bei monster 1983 auch mitgemacht und da habe ich festgestellt also haben wir uns natürlich kennengelernt ich wollte ihn unbedingt dabei haben weil ich damals die serie night manager ich weiß nicht ob es richtig ist wenn wir gleich darüber sprechen fällt mir gar nicht ein sondern serie geliebt habe und fand ihn toll und da haben wir festgestellt wir lieben beide die 80er jahre ich habe hier einen kleinen schlauen büchlein alles aufgeschrieben so grob was peters alles so gemacht hat weil es verdammt viel also peter ist 1980 in olpe geboren und dann aufgewachsen im sauerland seine jugend hat er mit saxophonspielen und schlagzeug verbracht ist dann vom kindermusical zum theater gekommen und ist von nach dem abitur nach berlin gezogen hat dort amerikanistik und europäische ethnologie studiert hat in der zeit freizeit viel hip hop gemacht mit seiner band amok bewahrt seine schauspielschule in charlottenburg wurde genommen hat sein abschluss 2006 gemacht also vor 14 jahren und spielte bei den rosenheim cops mit beim kriminalist und ihr kennt ihn natürlich als synchron sprecher von tom hiddleston loki von tor und er hat jetzt ganz nagelneu ein podcast zusammen mit dem kollegen marco rosenberg aufgemacht wo es nur um die 80er jahre geht und ihr seht hat sehr sehr viel gemacht und deswegen musste ich das auch alles konnte sich kein mensch merken und deswegen freue ich mich sehr dass peter hier ist hallo peter oh warte ja natürlich bevor wir zurückkommen siehst du mal total vergessen so wenn wir schon die 80er jahre machen so jetzt noch mal ganz standesgemäß ich habe sogar diese reflektion so ein bisschen du bist topgarn ich bin blues brothers würde ich mal sagen mein weiß eigentlich genau du mein weiß ich star wars ich habe extra das licht für dich hinten so schön 80er aber das beste ich sehe nichts brauche nämlich eine brille und wir tauschen das war nur fürs intro das ist schön sehr schön bevor wir zu den 80ern kommen also es ist wie gesagt du bei unsere unser 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 gespräch ist heute absolute premiere weil wie du hier hinten siehst ist jetzt ich habe komplett umgestellt also mein mein studio umgestellt habe die lichte extra für dich auf die 80er jahre eingelassen das sieht man auch hier hinten und aber es gefällt mir ziemlich gut wahrscheinlich werde ich das dann auch so lassen so das war das erste das zweite ist das komplett neue technik neues programm und deswegen würde ich jetzt erstes mal zum warm werden mal eine frage reinbringen ja und zwar was wünschst du dir aus den 80ern zurück das ist eine super frage ich wünsche mir ich finde die musik vielerlei hinsicht toll ich finde diese positive energie gerade bei dem rock pop bereich ziemlich stark ziemlich kraftvoll also gerade jetzt beim sport oder genau wie du bin ich auch jemand der gerne in die natur rausgeht und dann habe ich viel 80er musik das würde ich mir zurück wünschen die autos würde ich mir schmerz eckig so de lorean mäßig oder so hast du ein thunderbird finde ich ziemlich cool ja und vielleicht auch eine es war nicht alles sozusagen so tolerant wie heute aber eine bestimmte gelassenheit die da war die wünsche ich mir eigentlich auch zurück ja finde ich sehr gut also autos ich bin ja ich bin ja großer mustang fan 69 mustang ja ich liebe den auch ich habe ihn einmal vor ich bin ja regelmäßig mal in florida und habe mir damals aus spaß ich hatte mir so einen ganz normalen wagen gemietet komme ich zum autoverleih und die hatten nagelneuen mustang da stehen ach komm jetzt bin ich einmal hier ja als cabrio mal mitgenommen für zwei wochen und das einfach mal um dieses gefühl zu haben wie das ist mit der mustang durch miami zu fahren und das war fantastisch das glaube ich auf jeden fall und er hat echt viele ps ja das glaube ich muss dann der bricht glaube ich ziemlich schnell aus auch sehr schön dann kommen wir mal zur nächsten frage wenn du eine 80er jahre figur wärst wer wärst du eine fiktive figur sozusagen aus dem film aus dem film bereich okay also mein wunsch nicht wie andere mich sehen sondern wir wollen jetzt nicht tiefenpsychologisch werden ich glaube ich wäre irgendwas zwischen magnum und sunny crockett oder sowas also auf jeden fall ermittler ja also ermittler es war auch so ein ja so ein kindheitstraumberuf vielleicht und vielleicht auch so männer oder figuren die sowas einzelgängerisches haben also nicht blöde sind und und ich gucke gerade wieder mal im geweiß ich kann ziemlich viel darüber sagen es ist ja eine figur die sehr die auch sehr brennt für das was sie tut muss man sagen aber die figur hat auch was melancholisches und was introvertiert ist ich denke das passt ganz gut ja das waren tatsächlich auch meine vorbilder damals ja ich wollte unbedingt von simon simon der blonde damals sein das wäre dann deine figur ja ja genau na wobei ich wollte eigentlich auch schon magnum sein magnum war schon fand ich super ja ja der wirkt so integer auch das ist ansprechend finde ich ja sehr schön hattest du denn ein vorbild aus den 80er jahren damals ich habe damals also als mit den kinder augen habe ich viel nightrider geguckt aber das ist ja auch wieder so eine einzelgängerische männerfigur die sich nie wirklich irgendwo aufhält die immer auf der durchreise ist ich glaube ich fand sowas immer ganz spannend und das fand ich ansprechend ansonsten habe ich tatsächlich auch mit meinem vater früher auf james bond geguckt die liefen ja dann schon im fernsehen das war so der typische samstag oder sonntag abend und ich dachte ich glaube das ist aber vielleicht auch so einen jungen traum dieses abenteuer erleben und gleichzeitig dabei so dieser wunsch seriös zu bleiben irgendwie viele skills zu haben und und ja sich nicht nicht unterkriegen zu lassen und viel zu reisen also reisen mag ich sowieso sehr gerne und ich finde die bond filme waren ja auch damals es war schon immer sehr international das fand ich immer reizvoll aber du hast ja wahrscheinlich hoffentlich die chance ich drück dir die daumen irgendwie jetzt kommen erst mal zwei neue serien mit tom hiddleston also es kommt ja die loki serie das steht fest und dann kommt eine weitere für netflix die ist jetzt unterschrieben von ihm night manager ist ja auch unterschrieben man weiß noch nicht was gedreht wird es geht weiter night manager ja ich fand es super fand ich richtig toll so habe ich wie gesagt so habe ich dich überhaupt kennengelernt ach echt okay das war der grund warum ich dich für monster haben wollte ach das wusste ich bis heute gar nicht habe ich eben zum ersten mal gehört dafür ist ein gespräch gut ich habe das gesehen dachte wow und dachte was ist das für ein sehr guter synchron sprecher weil wir gerade nur den kleinen schwenkern wir hatten ja jetzt auch bei ghostbox zweite staffel ja wieder zusammengearbeitet ja und und da ist mir aufgefallen also für mich du klingst wenn du spielst wie der junge kerzel aber nicht so dass man so hintrückt das ist ja deine stimme aber ich habe das gehört und dachte wow du bist der neue kerzel für mich persönlich cool das ist ja nicht das schlechteste ich höre das und teilweise auch norbert langer wobei das ist nicht forciert es sind anscheinend irgendwelche töne die ähnlich sind oder eine grund ja so vielleicht auch so was sanftes oder weiches irgendwie was was leute dann aber auch wie du wie du spielst das hat ja auch das ist also es sind ja nicht ja noch nicht mal die stimme also dass man sagt das ist in 1 1 die stimme sondern so wie du wie du die rollen anlegst da das hat mich zumindest daran erinnern ich habe früher von ihm die also ich bei bücher habe ich wirklich entdeckt ja vor 20 jahren als es so losging und ich fand ihn immer einen starken erzähler einfach nicht viel die figuren variiert er sagte immer für mich gibt es männerstimme frauenstimme und ich bin ein erzähler und das hat er so gut gesetzt finde ich das finde ich vorbildlich ja auf jeden fall nicht mal kärzlichen unsere zuschauer haben die nächste frage für dich schon gesehen naja bestimmt sehr gespannt und zwar kommt mit seinem film ferris macht blau was ist denn deine beste notlüge wenn ich die jetzt verrate dann ist die vom tisch ja ich weiß dann musst du halt eine neue beste notlüge ausdenken cool dass du das bringst ich muss erst mal überlegen wo ich notlügen nutze also ich bin ja tendenziell immer pünktlich und eher zu früh als zu spät ähm da zitiere ich norbert langer fünf minuten vor der zeit ist es deutschen pünktlichkeit oder so ähm notlüge ich glaube wenn dann ist es sowas wie ich finde keinen parkplatz mit dem mustang der ist so breit das erinnert mich aber an norbert langer der uns im interview gesagt hat bei monster ja ähm da haben wir ihn auch gefragt ob er denn schon mal mit dem ferrari gefahren ist als deutsche stimme von mag tom selleck mag und dann meinte er ja tatsächlich für eine pr-aktion kam irgendwie die filmproduktion auf die idee ähm ja äh wir besorgen norbert langer er soll mit dem hawai-hemd das hawai-hemd ziehe ich nicht an aber ich fahre den ferrari und dann meinte das war die hölle mit dem ferrari durch berlin ja der hat auch keinen parkplatz bekommen ah schön so so jetzt kommen wir wieder zum 80er natürlich klar deine größte modische sünde oder auch musikalisch die du so also modische sünde würde ich sagen 80er 90er ähm türkisfarbener pullover äh eine nummer zu groß gekauft und dazu passende cordhosen die gab es ja auch in türkis oh god ja fand ich ziemlich äh würde ich jetzt so nicht mehr machen aber der oversized pulli und in türkis ist ja heute wieder ja heute wärst du auf damit auf die straße gehst bist du mega heb auf jeden Fall da kennst du noch diese bunten cordhosen die gab es ja auch in verschiedensten Farben bunte cordhosen kenne ich nicht ne ja hatte ich im hatte ich im äh Kindergarten in der Grundschule so ein äh ganz schlimm ja ähm ähm und äh musikalisch also ich weiß früher habe ich mir ja Alben auf Kassette gekauft und ich habe mir gekauft zum Beispiel äh David Hasselhoff Looking for Freedom für 1990 da musste ich lange für sparen weil ähm na das Taschengeld war ja nicht so üppig äh deswegen ich habe übrigens was vorbereitet zum Thema Taschengeld das weiß ich gar nicht guck mal das war früher meine Oma die hat immer eine Schokolade geschenkt und dann ein paar Mark draufgeklebt ach wie cool ich habe jetzt hier noch ein paar Mark da dachte ich mir für heute bereite ich was vor das ist sozusagen wie in den 80ern wo die Oma eine Mark draufgeklebt hat das ist ja super ich habe immer Geld fürs Straßekern bekommen aber das ist schön ich überlege gerade es kommt mir so bekannt vor ob ich das auch hatte siehst du aber das ist toll ja die gibt es nicht mehr wie früher mit diesem Silberpapier aber ähm das war dann so das nur als kleiner Exkurs sehr schön ja meine modische Sünde die ist mir auch gerade eingefallen ich hatte so eine so eine Jeans die an der Seite so einen Neonstreifen hat das fand ich aber früher ganz toll was war denn deine schlimmste Erfahrung in den 80ern ja ich glaube so die 80er würde ich als eine sehr glückliche Zeit darstellen danach ging es mir so ein bisschen bergab also um das ehrlich zu sagen in der Schule wurde ich da ziemlich gemobbt in der Zeit lang und kennst du das wenn man so man ist selber relativ intellektuell unterwegs und ich war immer schon jemand der viel gelesen hat und glaube ich ja viel sich mit Sachen beschäftigt hat auch viel reflektiert hat das merkst du ja relativ früh finde ich schon in der Jugend und du gehst ins Schwimmbad und die Kuhlen springen vom Fünfer und du sitzt unten ja sowas das das war glaube ich das ja ich denke mal das womit wir du und ich heute arbeiten mit vielleicht mit dem mit dem Bewusstsein mit der Empathie und mit dem Talenten die wir haben das war ja in der Schulzeit teilweise gerade früher nicht so gefragt wenn es um Reputation ging und ich bin eigentlich froh dass sich das dann so in der Pubertät und danach dann umgedreht hat dann durchs das ist ja meistens so das ist ja wie über Breakfast Club das sind immer die Außenseiter die dann stimmt bei mir war genau das gleiche also bei mir hat sich in der in der Jugend in der Schulzeit war ich auch nicht einer von der vom Fünf-Meter-Brett gesprungen ist definitiv nicht und gemobbt wurde ich nicht aber ich hatte so eine so eine Schar von Outsidern um mich drum herum weil die nicht von den Coolen waren aber ich habe mich ich habe da gelernt sich kreativ zu rächen ich weiß noch ich glaube das habe ich glaube ich so offiziell glaube ich auch noch nicht erzählt ja es gab nämlich einen aus der aus der Parallelklasse glaube ich war das der mich auch immer so extrem geärgert hat und ich habe mir überlegt wie kann ich mich ärgern und ich möchte jetzt keinen Namen nennen nennen wir ihn einfach mal Thomas ja so und dann bin ich im in der im Pausen nee nicht im Pausenraum in dem im Vorraum in der Lobby sozusagen ja aufenthalts Aufenthaltsraum genau da stand der Kopierer der einzige Kopierer für das ganze Gymnasium und ich habe so ein fein Edding genommen den hochgeklappt und aufs Glas in Spiegelschrift draufschrieben Thomas hm ist ein Arschloch und wir zugehen und alle die in der Schule dann Kopien gemacht hatten hatten auf ihren Kopien den Spruch draufsteht Thomas ist ein Arschloch also ich bin damals schon viral gegangen das war so meine Erfahrung sehr schön dann kommen wir mal zum nächsten genau jetzt wird es sehr spannend ja Thema Ghostbusters oh ja was hast du schon Übersinnliches erlebt boah du hast gute Fragen ähm ich also da müssen wir glaube ich so ein bisschen erstmal uns gegenseitig fragen glauben wir an diese übersinnlichen Kräfte also glauben wir an also ich ja ja glauben wir daran glauben wir an göttliche Existenzen wirken die auf unser Leben sozusagen ähm ich glaube schon dass das sozusagen zwischen Himmel und Erde bestimmte Kräfte walten die einwirken auf mein Leben und bestimmte Begegnungen da auch ja speziell sind aber so dass ich ich habe jetzt keine Geister gesehen oder so das kann ich nicht sagen es ist eher so glaube ich ähm manchmal so ein Gefühl dass da was präsent ist würde ich sagen dass du denkst da ist doch irgendwie oder ich erwache und ich habe plötzlich totale Angst oder denke da ist doch irgendwas ist doch gerade und meistens findet man ja auch die Gründe oder so weißt du was ich meine ich habe ganz viel erlebt deswegen bin ich da ach so deswegen kann ich aber es hätte mich interessiert ob das bei dir auch so ist mich reizt so was also es gibt da neulich hat mir auch eine Freundin von mir erzählt es gibt hier so einen Wald da würde anscheinend immer so ein Licht rumfliegen und man könnte aber nicht orten wo es herkommt solche Geschichten finde ich total spannend die ziehen mich sehr an ich erleben sowas oder ich liebe auch immer so Kinder oder Jugendgeschichten wenn es dann heißt aber nachts im Leuchtturm da brennt das Licht noch immer man hört die so was das finde ich total gut was mich übrigens auf einen Film bringt aus meinem Geburtsjahr The Fog von 80 John Carpenter das ist ja eine ganz klasse Geistergeschichte ist ganz ganz toll und da ist ja auch die Geschichte die Piraten kommen wieder um ihren Schatz zu holen sozusagen wenn wir davon ausgehen dass die Seele nicht unbedingt einen Körper braucht wovon ich jetzt mal ausgehe dann glaube ich da dran aber erzähl du doch mal ich kann mich jetzt nicht erinnern und sagen boah da war jetzt was ist eher so ein Gefühl ja ja also so übersinnliche Sachen habe ich viel erlebt ich hatte bei meiner damaligen Freund da war ich glaube ich 22 die hatte schon ein Kind dann haben wir die im Odenwald bei ihrer Oma besucht und die Oma hat in so einem alten Haus gewohnt die hat geschlafen es war irgendwie 1 Uhr nachts und meine Freundin damals geschlafen das Kind hat geschlafen sonst war niemand in diesem kleinen Haus und ich musste um 1 Uhr auf die Toilette und bin dann runtergegangen die Treppenstufen dann musstest du nochmal so wie so ein kleiner Keller so ein paar Treppenstufen und habe mich auf die Toilette gesetzt so und dann höre ich wie jemand vor der Tür direkt vor der Tür auf und ab läuft auf und ab läuft und ich so ich bin gleich fertig keine Reaktion einfach auf und ab läuft gespült mach die Tür auf niemand da geh hoch Oma liegt im Bett und schläft alle schlafen ich dachte okay dann habe ich mal ein Erlebnis gehabt das war das war auch krass das ist fast schon Matrix mäßig da war ich so zwölf da bin ich nach der Schule zum Freund nach Hause gegangen und die Eltern waren auf der Arbeit und wir gehen in sein Wohnzimmer und er setzt sich ich hatte zu der Zeit ganz ganz viele Déjà-Vus also das war für mich nichts Ungewöhnliches bis auf diesen Tag weil er hat sich dann ans Kopfende gesetzt und ich bin einmal um den Tisch gegangen und habe mich dahin gesetzt und hatte das Gefühl von Déjà-Vu und es ging weiter dass die Tür aufgeht sein Vater reinkommt und sagt na Jungs wie war die Schule geht einmal am Tisch und setzt sich hin und dann war mein Déjà-Vu zu Ende und ich sage ey das ist komisch das habe ich eben schon mal erlebt aber bei mir war es nur so dass die Tür aufgeht dein Vater reinkommt und sagt wie war die Schule und er sagt ja das kann gar nicht sein weil mein Vater ist auf der Arbeit der kommt gar nicht nach Hause er hat das kaum ausgesprochen geht die Tür auf kommt sein Vater rein sagt na Jungs wie war die Schule ich kriege mal ich kriege siehst du das ich kriege schon wieder Gänse sowas habe ich auch nie mehr danach erlebt aber da wusste ich also ganz bewusst also irgendwas ist vorherbestimmt oder nicht weil jeder kennt das Gefühl von Déjà-Vu und genau das hatte ich und du merkst plötzlich genau so war das in die Zukunft und ich habe das noch nicht erlebt deswegen das hatte ich auch nie mehr wieder und man sagt ja auch dass je jünger man ist desto sensibler ist man ja auch und das habe ich damals nie vergessen das war krass ich habe auch relativ viele Déjà-Vus ich glaube für mich so dass das was mit Sensibilität zu tun hat vielleicht auch auf jeden Fall dass du ganz viel spürst bei anderen Menschen das ist auch wenn ich merke ich immer wieder wenn ich Leute kennenlerne dass ich viel wahrnehme auch sehe in den Augen da kommt einfach was rüber und wenn ich dann ihren Lebenslauf ein bisschen kenne dass ich merke ja daher kommt das das ist das und vielleicht dass man sich dann irgendwie schon zurecht baut innerlich was passieren könnte oder wie sich ein Mensch verhalten könnte finde ich ganz spannend sowas ich glaube nämlich dass es nicht erlernbar ist ich glaube dass es was mit der mit deinem Charakter zu tun hat auf jeden Fall aber man kann es auf jeden Fall erlernen also das geht schon ja weil das ist ungefähr so wie du kennst das Gefühl dein Telefon klingelt und gehst dran und wusstest kurz vorher ach das ist meine Mutter oder wie auch immer und das ist so das ist so die Sensitivität und die kannst du auf jeden Fall trainieren das heißt das hat auch jeder mal drin weil die Sachen die man erlebt liegt ja nur daran dass du es nicht ausgesprochen hast mal ganz plakativ gesagt aber wenn du das trainierst und sagst alle Ideen die dir kommen oder die eingeben und du sprichst sie laut aus und das machst du nicht weil dein Kopf das immer beurteilt schon selbst und dann denkst du das ist Schwachsinn oder ich lasse warum soll ich das tun das gab eine Zeit da habe ich das sehr intensiv gemacht und da hatte ich einen Personal Trainer beim Sport und wir haben dann Sport gemacht und wir kannten es nicht privat sondern war nur mein Personal Trainer und dann kam wirklich nur mein Kopf ruf sie an und da war ich ja gerade sozusagen in dem Bereich und da habe ich einfach gesagt da habe ich zu ihm gesagt ruf sie an na er so wie meinst du das ich so ja kann ich dir nicht genau sagen das kam nur gerade aber und er setzt sich hin sagt da muss ich mich setzen du weißt es egal ich habe mich gestern meiner Freundin gestritten so sehr wir haben uns getrennt und ich ich weiß nicht was ich machen soll ich weiß nicht ob ich sie vermisse und jetzt sagst du zu mir ich soll sie anrufen und auch das war wieder so ein Moment wo du sagst so okay krass und auch wieder kriege ich Gänsehaut und das sind aber die Momente die wirklich jeder kann du würdest es nur nie sagen weil du denkst sowas oder dir kommen so Gedanken ein aber du kriegst diese Informationen schon also man kann das definitiv trainieren aber passend zum nächsten Thema von diesen ganzen Unheimlichen ist nämlich jetzt Nightmare on Elm Street was war dein schlimmster Albtraum den du jemals geträumt hast boah das ist ja eine persönliche Frage also ich glaube ich habe ich habe regelmäßig geträumt dass ich in einem Fahrstuhl ins Bodenlose stürze boah das ist hart das habe ich regelmäßig geträumt oder dass ich irgendwo auf ein hohes Gebäude fahre und dass der dann aber irgendwie oben raus fliegt und an so einem Stahlseil über die Stadt und irgendwann fällt der runter oder so also mit diesen Fahrstühlen habe ich da irgendwie sowas aber ich habe jetzt trotzdem keine Angst im wahren Leben den zu betreten oder so das ist halt nur ein Traum den ich immer wieder hatte das erinnert mich wiederum auf den Film den ich zum allerersten Mal jetzt letztens gesehen habe Veranstaltungen zu verschollen ja da habe ich gerade dran gedacht den habe ich noch nie gesehen vor drei Wochen das allererste Mal weil ich dachte jetzt muss den mal so einen Klassiker mal angucken ja und der war echt gut den muss ich nochmal gucken den habe ich glaube ich 20 Jahre nicht mehr gesehen ja deswegen war es für mich eine schöne Überraschung und ich dachte auch dann was soll denn dieses ganze Zwischenspiel da wollen die dir das Auto klauen also viele Figuren aber so von allem mit dem Plot fand ich es sehr schön fand ich wirklich gut so und dann kommen wir aus dieser Fragenrunde zum letzten zur letzten Frage und dann beginnt eigentlich unser Gespräch weil Herr Ritter ach so ja welcher 80er Jahre Film beschreibt dein Leben am besten eine gute Frage hätte ich dich ja vorher fragen sollen was du mich fragst nein das ist schwer also ich glaube es gibt so Grundgefühle in den Filmen die ich sehr gut nachvollziehen kann also wie du gerade sagt das Breakfast Club ist das beschreibt jetzt nicht mein Leben aber ich kann was damit anfangen ich fand auch den Volltreffer gut The Sure Thing mit John Cusack kennst du den? ja klar weil der Film auch einen so ein bisschen belehrt und du denkst so Junge es geht nicht nur ums Äußere sondern es geht um andere Dinge ich gucke gerade auf mein Filmregal wie hieß denn nochmal der Film mit John Cusack wo er mit dem mit dem Ghetto Blaster vor der Tür steht Better of Dead wie heißt denn der auf Deutsch? da das weiß ich gerade nicht müsste ich mal nachgucken ja ich weiß nicht ob es ich glaube nicht dass es jetzt einen 80er Film gibt der mein Leben wirklich so beschreibt wie es wie ich es damals wahrgenommen habe aber es gibt so ein ich glaube es gibt so Träume und Wünsche die diese Filme für uns bereitet haben zum Beispiel den Film wie Karate Kid fand ich immer gut weil der einfach so dieses Gefühl gibt Halt eines älteren Mentors du kannst es schaffen wenn du willst glaube dran und der ja dann natürlich gibt es auch eine Liebesgeschichte und egal ob du ein Nerd bist oder nicht sozusagen also das ist für mich ziemlich rund so einfach als als Film für Kids damals gewesen ja Karate Kid war der Oberhammer wenn du mit den Stäbchen sozusagen in die Fliege diese Weisheiten ausgesprochen von Mr. Miyagi das ist sowas fand ich immer anziehend fand ich cool da müsste ich dir eigentlich mal was zeigen aber ich wollte dich mal was fragen gibt es für dich so ein 80er Film wo du sagst diese Figur die wäre ich gern mal das hätte ich gern mal erlebt na ich habe gerade überlegt ist sie nicht wunderbar war glaube ich so ein Ding damals wie ich mich so gefühlt habe weil ich hatte viele Mädels als Freundin also als Freundin die dann immer die größeren Jungs so toll fanden deswegen konnte ich das sehr nachvollziehen nein ich war nicht Freddy Krüger auch nicht Michael Myers auch nicht wobei dann doch lieber Michael Myers war so ein Eishockey der andere war dann doch ziemlich fertig ich weiß was mich damals auch beeindruckt hat war Offizier & Gentleman den habe ich geguckt also mein Vater hat den eigentlich geguckt und ich fand es so toll damals diese Szene wenn er da auf dem Boden liegt vor dem Ausbilder der ihn rausschmeißen will und er sagt aber ich habe und Richard Giel liegt da heulen und sagt aber ich habe doch nichts anderes und das fand ich so beeindruckend damals und dann habe ich ihn später nochmal gesehen mit Abstand und dachte wow was ein großartiger Film also von der Figurenentwicklung heraus man unterschätzt das total und ich musste dann immer am Schluss also ich meine ich mag normalerweise keine Liebesfilme aber am Schluss dann Joe Cocker dann spielt und er sie dann raustrickt musste ich lustigerweise heulen hast du gut bei Titanic geholt ne da musste ich auch heulen keine Frage aber das war so eine Szene wo ich dachte wow das war so ich kann es nicht genau sagen also ich glaube für mich wäre es schon dann so Marty McFly und der DeLorean das ist einfach mich würde es unglaublich reizen ich sehe schon wir sind schon mittendrin ja okay aber warte ne das ist alles wunderbar ich mache nur mal einen ganz kurzen Break ich muss mal kurz was holen ja weil siehst du mal ich wusste nicht dass wir darüber reden ich habe es nämlich total vergessen Break kommt sofort warte bitte bleiben sie dran ja so ta 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 ach Mr. Miyagi wo hast du das her äh die meine Tochter macht Karate und das habe ich für ihre Wand damals besorgt und ja und weil wir gerade darüber gesprochen haben Mr. Miyagi ist ja cool ja äh wir sind ja jetzt in unserem Talk haben wir uns warm geredet über die 80er Jahre und ähm du hast jetzt sozusagen ein ein Podcast ein 80er Jahre Podcast mit dem deinem Kollegen Marco Mark Rosenberg gestartet wie 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 kam es dazu also ja es war so wir haben beide in einer Serie mitgesprochen mein kleines Pony ist ja auch so 80s irgendwie und da gab es eine Abschlussfeier er kam mit einem Ghostbusters T-Shirt ich kannte ihn überhaupt nicht und ähm ich habe ihn einfach angesprochen ich sage hier das cooles T-Shirt daraus entstand dann ein Gespräch das zog sich über eine Stunde ja und danach haben wir uns halt ähm immer mal wieder ausgetauscht so via Sprachnachricht über die 80er und ähm ich habe schon gemerkt so in diesem Austausch über die Sprachnachrichten das ist ein guter Dialog ähm man kann gegenseitig voneinander noch was lernen oder man ergänzt sich sehr gut und dann habe ich ihn gefragt oder wir haben beide dann gesagt das sollte man eigentlich im Podcast packen ähm es gibt ja sehr viele unserer Generation die das gerade auch wieder feiern über Bücher Filme Hörspiele Musik und Mode und ähm da ich dafür brenne und wirklich auch hier sehr sehr viele 80er Filme Serien Sammel und Musik ähm ist das für mich auch ein Herzensprojekt einfach und ähm dann irgendwie haben wir immer hin und her geschrieben und gesagt das müsste man so und das und das da kamen dann Ideen zusammen dann habe ich gesagt okay ich war unterwegs in meiner Heimat NRW ich setze mich jetzt mal hin ich schreibe mal so ein kleines Konzept und dann lass uns doch einfach mal das machen weil es ist glaube ich so eine Künstlerangewohnheit wenn man könnte man sollte aber man macht es nicht ich bin dafür fang an mach ich habe es bei dir auch gesehen mit Sebastian Fitzig in dem Interview er sagt auch schreib erst mal mach erst mal ne und so haben wir dann jetzt auch die letzten Wochen Schritt für Schritt das realisiert also haben dann die Website gebaut haben uns die Technik besorgt und haben alles vorbereitet und ähm ja es ist eigentlich alles bereit wir müssen nur noch jetzt die ersten Folgen aufzeichnen aber wir sind total startklar ich ähm ja so kam es dazu ja super echt schön wie heißt euer Podcast äh der Podcast heißt äh Retropolis der 80er Podcast und der ist schon online der ist online und ähm es gibt aber noch keine also die Seite ist online man kann Twitter folgen man kann Facebook folgen und die Folgen äh werden dann hochgeladen sobald sie halt geschnitten und fertig sind ja und äh das heißt kann ich mir den Podcast dann nur auf äh Facebook anhören oder macht ihr es auch auf Spotify ne machen wir auch auf Spotify und auf anderen Plattformen ja und äh also ist die erste Folge schon online kann man jetzt schon nein aber vielleicht äh wenn dieses Interview äh sozusagen online unser voraufgezeichnetes Interview dürfen wir das sagen ja klar dürfen wir sagen dass voraufgezeichnet ist natürlich ja ja also wir werden wir werden eine Premiere daraus machen das heißt ähm also ihr seid ja wahrscheinlich dabei und wir können ich werde hier live kommentieren und Peter die Zeit hat ist er bestimmt auch dabei und kann auch kommentieren ja hoffe ich zumindest genau und ähm das heißt wir können uns auf unser Gespräch jetzt konzentrieren und äh rechts von uns ist der Live-Chat sozusagen wo nochmal Fragen gestellt werden können das heißt Fragen die ich dir jetzt so nicht stelle aber auch mit diesem neuen Programm mit dem wir arbeiten kann ich live gehen und dann kommen die Kommentare rein das werde ich dann in Zukunft probieren ja vielleicht machen wir einfach nochmal so ein nachträgliches Live das wäre auch eine schöne Sache ja stimmt das wäre auch gut ja das wäre auch eine gute Idee überlegen wir uns mal genau kurz danach nach dem Film gehen wir live ja mal gucken ob das klappt nein und ähm das heißt dann redet ihr in einem Podcast über Filme Musik alles was über die 80er kommt es geht primär haben wir uns erstmal jetzt auf Filme fokussiert es gibt da bestimmte äh Leitmotive ja auch die in den Filmen wiederkehren ich will da nicht so viel vorweggreifen ich denke wir beide wissen wovon wir reden ja und ähm ich finde das total amüsant man muss das finde ich mit einem Kinderauge oder auch mit einem mit einer Freude an der Sache gucken weil sonst wenn Leute anfangen zu sagen ja das Frauenbild bei TKKG ist aber so und das so ja du dann brauchen wir die Filme nicht mehr mit Augen der Freude gucken dann können wir alles zeigen so sondern wir sollten uns daran erfreuen und es als ein Relikt der Zeit sehen meiner Meinung nach wir sind ja alle reflektierte Erwachsene und wissen damit umzugehen so die das heute konsumieren und aus den 80ern kommen also aber ich es gibt einfach wie zum Beispiel sage ich mal ein Beispiel hier dieses Training Motiv was man bei Karate Kid hat bei Rocky ist halt so ein weiser Meister ja und der trainiert dann so einen aufstrebenden Typen und so das sind so Sachen die die glaube ich uns früher begeistert haben und bis heute so eine Faszination ausüben ja also du sprichst gerade von den Mentoren weil genau diese Mentoren gibt es nicht mehr so offensichtlich in den Filmen also die sind natürlich kommen immer drin vor aber sind nicht so so ganz hart so wie früher also die 80er Jahre Filme sind halt auch wirklich nach der Heldenreise eins zu eins durchgeplottet aber deswegen funktioniert das auch so gut deswegen du hast Klischeefiguren aber du kannst dich sofort reinfühlen ja und das ist auch glaube ich der Unterschied das war auch der Grund warum ich damals also bevor ich Monster gemacht habe habe ich auch viele 80er Jahre Filme geguckt und das hat mir so gut gefallen weil heutzutage alles immer so hyperrealistisch ist was natürlich auch toll ist ja aber alle Kommissare haben eine Klatsche und es ist alles so psycho und tief und in den 80ern ging es nicht darum da war auch viel Unterhaltung dabei Popcorn Kino richtig und du hast eben die Fantasie viel größer angeregt du hast Nebelkram aus Google ja genau das war ja auch so Black Rain und so das war ja es hat einfach so eine besondere Stimmung ausgemacht ja total wo du gerade sagst Nebel da denke ich an diesen Film Fright Night mein Nachbar der Vampir oh ja da ist es ja auch so dass die dann durch die Gassen schleichen und überall ist irgendwie Nebel und dann taucht dieser ältere Herr auf ich will nicht verraten was passiert aber ich mag das total wie atmosphärisch das gemacht ist ich habe neulich nochmal mit einem Freund von mir Lost Boys geguckt ich liebe diesen Film ich auch und der geniale Schachzug ist ja dass man die nie fliegen sieht es wird ja nur über die Kamera erzählt ja ich werden diese Figuren finde ich auch nicht lächerlich man sieht jetzt nicht dass die da in Fäden irgendwo rumfliegen es wird über Wolken gemacht und über Kamerafahrt irgendwie ne ja wenn das Dach Autodach aufgerissen wird ja ja genau und dann ist natürlich Musik spielt da auch eine ganz andere Rolle finde ich so Lost Boys der Song Miami Vice ist voll davon oder auch wie bei Karate Kid You're the Best ja Training Montage oder Rocky 4 No Easy Way Out wo er dann in den Wald geht und Baumstämme reinhaut und so das hat uns glaube ich ja das hat uns irgendwie begeistert auf jeden Fall ich glaube oh meine Kamera die eine Kamera ist ausgegangen ich muss mal hier ja das ist glaube ich genau das was was uns in den 80er Jahren Film auch so gut gefallen hat eben diese subjektive Kamera Flug ja also wie man sich fühlt im Kino das war wie bei Star Wars damals durch den Wald fliegen man ist da einfach mittendrin das gab es so nicht ja und naja auch mit den Jungs die die Comics lesen mit den Vampiren und Corey Feldman Corey Feldman die waren ja in jedem Film egal was und ich habe meine Tochter jetzt auch dann haben wir auch Lost Boys geguckt wir haben jetzt Stand By Me jetzt geguckt cool also Stand By Me war auch so ein Film den ich geliebt habe weil es war so spannend da merkt man wie die Zeit vergeht wie ich den Film geguckt habe war ich zwölf Jahre und die Jungs waren auch zwölf Jahre das waren ihre 50er Jahre Zeit ja und ich habe diesen Film gesehen dachte oh ich wollte auch gerne in 50er Jahren leben so ungefähr und jetzt du guckst sind ja dann mit Kinderaugen und du passt das und die Erwachsenen und das erzählt ja der Schriftsteller sozusagen und jetzt muss ich mir vorstellen ich bin Schriftsteller geworden und gucke meine Tochter die 13 ist den Film Stand By Me weiß wie sie sich fühlt wenn sie den Film guckt und wie ich mich als der Vater das ist unglaublich ja was mir auch noch gefällt an den 80er Filmen ist oft dass du wirklich Charaktergesichter hast du hast nicht so glatt gebügelte Faces wie teilweise heute sondern du sagst zum Beispiel werden Lost Boys Stand By Me Kiefer Sutherland der ist es einfach wir haben beide gesagt guck dir das an in jeder Szene der ist total präsent das Gesicht kriegst du nicht mal aus dem Kopf wie der da rumläuft oder diese Kombination Doc Brown Marty McFly das Ding ein Bild du weißt genau was ist der eine mit der roten Weste und der andere mit dem weißen Kittel und dem wirren Haar ist klar die Silhouette von Ralph Macchio am Strand ist klar ja auf jeden Fall alles klar Terminator alles klar sofort sehr sehr markante Figuren finde ich und so Szenen die nicht aus dem Kopf gehen over the top ja das ist ein guter Film wenn er es dann so dreht aber ich weiß noch wie er dann so wie dann ich glaube die Knochen rauskamen beim boah schlimm ja ich habe mich da allerdings schon als Kind gefragt weil der im Truck ja nur auf der einen Seite trainiert hat warum der andere Arm auch so dick ist das ist gar nicht geil eine gute Frage die wurde mir noch bis heute nicht beantwortet auch ein Film der vom starken Soundtrack lebt finde ich ja oder ja was ich auch finde das sind so Heldenfiguren gerade für uns Jungs glaube ich waren das auch so Figuren die so faszinierend waren das waren so Einzelgängerfiguren auch so ich denke Indiana Jones ja auch Indiana Jones genau ja Männer die die für was gebrannt haben die dafür eingestanden sind oder Black Rain Michael Douglas wie er auf den Vorrat reinfährt und hinten geht die Sonne auf das ist ich bin sofort da ja auf jeden Fall und ich vergesse nie die Parkhaus Szene weil das war so ein Moment mit dem ich nie gerechnet habe dass das jemand macht mit einer Hauptfigur also sozusagen mit dem Partner ja wir dürfen hier ich sage nicht was weil es gibt vielleicht haben wir die Chance dass jemand sagt Black Rain kenne ich gar nicht kann ja sein wo ich dachte wow okay genau das war schon eine verrückte Sache ja genau die ganzen asiatischen Sachen waren auch toll also so amerikanische Filme die mit dem Thema Asien gespielt haben ja stimmt so wie Kremlins eben auch ja das hat mich auch als Kind fasziniert gerade diese Anfangssequenz wenn er so durch Chinatown geht und dieses kleine Lädchen und alles ist so ja ja so geheimnisvoll und dann mit einem kleinen Kästchen kommt und das Kästchen auch mal ja da denke ich jetzt an Big Trouble in Little China was Big Trouble in Little China diesen Film von John Carpenter wo Kurt Russell dann auch in so einem Chinatown Gegend auf unter der Erde auf so Geister stößt und dann siehst du mal ey musst du mir aufschreiben muss ich mir aufschreiben kenne ich nicht aber die Klapperschlange kennst du hoffentlich ja klar die Klapperschlange kenne ich und ich dachte eigentlich also ich das ist wie bei der Musik ich mag John Carpenter sowieso von Hell von The Fork aber den habe ich der ist tatsächlich an mir vorbeigegangen wahrscheinlich werde ich jetzt dafür gesteinigt vom Internet nein nein ich schicke dir das nachher da kannst du das ich schicke dir das den Titel brauchst du nicht dich aufhalten sehr gut ich wollte es nur schnell ein Tier was ja auch so ein genialer Carpenter Film ist ist Sie Leben kennst du die oh ja ja natürlich Sie Leben passt ja wieder zum Cover genau jetzt achte mit meinem sofort jetzt braucht man eine Pumpgun genau sehr gut Sie Leben da hinten bei mir hinten das Geriffelte passt auch zum Cover total die gucken ja auch immer diese Fernsehsendung auf diesem komischen Gelände da wo der Prediger dann immer irgendwas erzählt dass die Aliens schon unter uns sind und so weiter ja ein super Film ich habe das war aber glaube ich 70er die Körperfresser kommen oh ja den habe ich hier gerade liegen ja genau ich liebe diesen Film auch und auch da am Schluss habe ich immer wenn Donutschland dann so dasteht weißt du Gänsehaut ja dann haben wir ja noch natürlich Stephen King wie war denn Friedrich der Kuscheltier war aber 90er ich glaube 89 dann gehört es ja noch dazu genau Kucho Carrie genau ja aber ich finde auch Sie Leben das ist ja es ist auch immer oft mit so einem ironischen Auge dann gemacht ja das finde ich so toll das ich finde so so Action gepaart mit Ironie und Sprüchen das ist ein Genre was heute nicht mehr so stark produziert wird es gibt bestimmte Franchises wie Fast and Furious oder so genau oder Bad Boys genau oder Bad Boys da habe ich im letzten auch eine kleine Rolle synchronisiert übrigens aber es ist halt immer diese überhöhten Figuren an sich wie jetzt die City Cobra oder sowas ja oh ja wir haben ja genau die richtigen Brillen auf dafür ja sie leben ich überlege gerade hast du deine Brille ist glaube ich auch schon Black Ray ne ja ist Black Ray also es ist auch Top Top Gun aber ja ja ich habe ja aber das ist ja dann eher 2000er 2010 ich habe die Brille von Bosch oh ich liebe Bosch ich liebe Bosch die Serie ist für mich großartig wirklich also der Typ ist erstmal total markant ein super Schauspieler und auch wieder so eine Figur die kantig ist aber in ihrer Art so konsequent ne ja wie geht es dir ich gucke dem einfach gerne zu ich finde da unberechenbar gut super geschrieben also die Autoren Hut ab muss ich sagen doch das ist da hast du einen Volltreffer gelandet hast du alle gesehen von Bosch ne die neueste habe ich noch nicht gesehen ich auch nicht habe ich auch noch nicht gesehen super Cast auch ne ja und ich hatte mir wie gesagt Servant angeguckt auf Apple Plus den ich wie gesagt grandios finde und The Outsider fand ich auch ganz toll ah ja die HBO Serie aber es ist natürlich das ist dann immer so wenn du so eine tolle Serie siehst und dann wartest du wirklich auf das nächste große Ding weil das ist dann immer schwer wenn du was gesehen hast was dich wirklich beeindruckt hat so ging mir das ja mit Game of Thrones die haben mir alle gesagt du musst Game of Thrones gucken das war glaube ich vor zwei Jahren du musst es gucken ich so ne ich interessiere mich nicht für ja ich habe her der Regel geguckt und das war es auch ich bin nicht der Typ dafür das musst du gucken dann habe ich mir die erste Staffel angeguckt also angeguckt ist das falsche Wort mich durchgekämpft und dachte was für ein Schrott Entschuldigung also weil das ist natürlich wenn alles auch so extrem loben und sagen das ist so unglaublich und du rechne es nicht damit und dann man muss immer aufpassen dass man nicht spoilt aber ich dachte so ja aber das war jetzt nicht wirklich überraschend für mich und so und du musst weiter gucken du musst weiter gucken und ich hatte mir bei iTunes da gab es damals alle sieben Staffeln für 70 Euro und dann hat er gesagt gut kaufe ich mir jetzt also hatte ich jetzt 70 Euro ausgegeben für eine Serie die total bescheuert waren und dachte so oh verdammt und alle du musst weiter gucken und dann habe ich die zweite angefangen es wurde besser und immer besser und dann war ich drin und ab der zweiten Staffel fand ich es total toll und habe sie dann auch durchgesucht bis zum Schluss und für mich wahrscheinlich wenn man jetzt wenn man es kennt die erste Staffel nochmal sieht es ist auch was anderes wenn du wirklich alle Figuren kennst aber für mich war das so tausend Figuren das war für mich eher Game of Porns als Game of ich habe überhaupt nicht verstanden was mir das erzählen will und ich habe dann später ein Interview mit den beiden gesehen die auch gesagt haben naja die erste Staffel ist uns nicht so gelungen und da haben noch viele Fehler gemacht und ich wusste ey cool sie wussten es auch und haben auch daran geändert vieles geändert weil es war einfach ich wusste nicht um was es geht und dann habe ich einen Freund getroffen der gesagt ich gucke gerade Game of Thrones die vierte, fünfte Folge alle haben gesagt ich soll es gucken und ich finde es aber total schlecht und ich habe das auch jetzt in so einem Angebot gekauft wie ich aber das ist schön dass die genauso geht wie mir guck bis zur zweiten Staffel und dann bin ich das nächste Mal getroffen und so und ich bin gerade bei Staffel 7 das ist spannend also dass man dann auch dranbleiben kann ja es ist schon lustig uns so anzugucken wie die nächsten aussehen ja wir ziehen das durch und wir durchziehen sehr cool zu deinem Podcast habt ihr euch mal überlegt das auch nicht auf YouTube zu machen also einen eigenen YouTube Kanal ja wir haben da auch drüber nachgedacht wir haben das jetzt erstmal nicht gemacht wir werden erstmal es gibt noch Steigerungsideen aber wir haben jetzt erstmal das Gerüst gebaut was wir in der Kürze der Zeit aufbauen konnten und ich denke mal wichtig ist dass wir jetzt wirklich schnell die Folgen auch online bringen und dann regelmäßig veröffentlichen ja das verstehe ich und wie macht ihr das dann trefft ihr euch dann zusammen oder macht ihr das dann mit Skype nee wir machen es tatsächlich so dass jeder bei sich aufnimmt und ja ganz ganz modern sozusagen ja das ist natürlich echt cool ja ihr habt ja beide gute Technik zu Hause ja jeder sitzt vor seinem Neumann damit der Podcast auch richtig cool ich muss mal die Brille wechseln weil ich sehe dich sonst gar nicht mehr aber cool wie du bei sie leben direkt zur Brille gegriffen hast nein sehr schön lass uns nochmal ganz kurz zum Synchronen kommen ja es gibt ja Interviews auch von einem Media-Partner über dich und das heißt da kriegt man ja viele so viele Fragen die es wahrscheinlich viele so stellen ja aber mich würde interessieren gibt es denn eine bestimmte Rolle die du gerne die du gerne mal spielen würdest also angenommen den Kollegen oder so äh der würde sagen ähm ich kann es nicht mehr machen oder ich habe keine Lust mehr auf die Figur einfach nur um den Kollegen mal rauszustellen gibt es eine Figur die du gerne synchronisieren würdest also in der wenn ich muss ich gar nicht mir einen Kollegen wegdenken weil ich glaube wenn es wirklich dazu kommen würde dass Tom Hiddleston in diesem berühmten britischen Franchise äh die Hauptrolle übernimmt dann wäre das für mich du meinst Harry Potter dann wäre das für mich schon ein Kindheitstraum klar bin gerade wieder dabei die alten Bond-Filme zu gucken bin jetzt bei der Roger Moore-Reihe gerade und äh ich merke genau was die Faszination war die da fortbesteht aber dann ist ja die Frage wenn du jetzt den alten James Bond synchronisieren dürftest würdest du das ist ja toll ja würdest du würdest du dich für Sean Connery entscheiden oder für welchen Schauspieler von allen James Bond würdest du gerne synchronisieren boah das ist schwer also ich war eigentlich immer ich habe immer Roger Moore sehr stark verteidigt und habe jetzt auch Leben und Sterben lassen wieder als für sehr gut empfunden befunden fand aber den Mann mit dem Golden Coil zum Beispiel diesmal schon ja nicht der beste so und Sean Connery ist einfach auch ein Schauspieler der finde ich ich habe neulich nochmal der erste Ritter gesehen und Forrester gefunden und dachte so der Mann weiß halt genau was er tut er weiß wer er ist und jede Mimik und alles ist so gesetzt und so es ist einfach das ist für mich ein guter Schauspieler das heißt nicht dass er in alle Rollen schlüpfen kann muss man für Film und Fernsehen meiner Meinung nach auch gar nicht sondern man bedient in gewisser Weise ja auch einen Typen auf jeden Fall so ist es bei mir war es so es ist so lustig wie man also ich weiß nicht wie es bei dir ist aber man hängt sich ja auch gerade in seiner Jugend bei Schauspielern an Menschen fest oder fühlt sich an Menschen erinnert aus seinem Umfeld also mein Vater sah tatsächlich aus ziemlich ähnlich aus wie MacNam der hat auch so einen oberletten Bart hat die dunkle Haare auch so und deswegen mochte ich MacNam glaube ich auch weil er wie mein Vater aussah Sean Connery sah aus wie mein Großvater also vom Typ und der hat auch das England so geliebt der war in brittischer Gefangenschaft hat englische Zigaretten geraucht und hat auch die die hier deswegen sind es meine Glücksbringer hast du die mitgebracht oder hast du dir die schicken lassen ich sage es mal nein nein die gibt es gar nicht mehr ach so die habe ich von seinen letzten Stangen die gab es nur in England also Triple Five wir haben immer 555 gesagt die hat er immer geraucht weil die hat in der englischen Gefangenschaft damals geraucht und dann das war dann so die hast glaube ich nur in China bekommen in England und mal auf dem Flughafen und das war halt so ja er mochte dann diese ganzen englischen Sachen und das sah auch so aus ja und deswegen mochte ich Sean Connery immer so ja zwei Sachen dazu das eine ist bei mir mein Vater ich finde Kevin Kostner ja und mein Vater da ist so eine bestimmte Ähnlichkeit im Profil einfach ja auch so vom Style und die Art also gerade der der Kostner der 90er so das finde ich hat ja auch sehr tolle Filme gemacht der mit dem Wolf tanzt ja unter anderem Robin Hood JFK tolle Filme Feld der Träume wo das 80er ist Perfect World mit Clint Eastwood selbst Waterworld ist kein mieser Film finde ich und hat Respekt für den Mann was er da durchgezogen hat ich weiß aber noch wie ich Waterworld im Kino gesehen habe habe ich mich so zu Tode gelangweilt und Dennis Hopper war auch echt ein bisschen trashig in der Rolle war eine andere Qualität von ihm gewohnt also wenn ich jetzt an Blue Velvet denke oder so das war ja was ganz anderes Blue Velvet das war so ein Film mein Vater war einer der ersten der den Videorekorder gekauft hat ja und dann gab es auch die ersten Videotheken und FSK und so das war noch gar nicht so im Kopf also mein Vater hat halt einfach Filme ausgeliehen und die mit nach Hause gebracht und die haben dann so 10, 11 11, 12 und haben die dann zusammen geguckt aber mein Vater war jetzt nicht so dass er jetzt ich bin jetzt nicht so aufgewachsen und gesagt er wird sich keine Gedanken machen aber er wusste es halt nicht er hat es nur gelesen und ich weiß noch wir haben dann Blue Velvet zusammen geguckt beim Abendessen das war dann schon so wo ich dachte wow wie das Ohr gefunden hat aber mein Vater wusste ja vorher auch nicht er hat ein Coocho mitgebracht und so aber ich meine daraus bin ich jetzt geworden was ich bin ich hatte damals einen Freund der wiederum einen noch größeren Bruder hatte der hat sich die ganzen Splatterfilme anguckt bis hin zu Gesichtern des Todes und so und das war aber so Sachen was ich nicht gucken wollte ja und er hat es dann mal eingelegt und ich weiß nur dass ich bei Gesichtern des Todes irgendwie 20 Sekunden gesehen habe und dann drei Jahre schlecht geträumt habe das war ja eine ganz andere Situation weil die ja vorgespielt hat es wäre echt und bei den anderen Filmen ja ich weiß noch eine meiner ersten Wohnungen in Berlin so eine Einzimmerwohnung erste Etage am Waldrand da habe ich auch sogar mal nachts ich habe gerne die Balkontür aufgelassen mal Schüsse gehört wahrscheinlich hat einer ein Reh geschossen oder so es war irgendwie auch so eine komische Situation habe ich das jetzt geträumt aber es waren irgendwie Schüsse und da habe ich mal eines Abends auch mit offener Balkontür Blue Velvet geguckt also nachts und ich sage dir er hat mich das fürchten gelehrt ich finde diesen Film unglaublich düster und diese allein was Dennis Hopper da aus sich rausholt ist für mich erschreckend einfach also ich habe auch ein Interview gesehen wo er meinte das war für mich wirklich kräftezehrend und wenn ich das sehe finde ich es ekelhaft also aber das ist schon was der Lynch da aus Leuten rausholt und aus seinem eigenen Kopf ja auch das finde ich schon bewundernswert man kann den Mann ja bewerten wie man will aber das hat ein Mensch so geschaffen auf jeden Fall man darf ja auch nicht vergessen dass Lynch ja auch der ist ja auch Künstler vorrangig also ich meine er hat Kunst studiert und ist dann zum Bild gekommen und das spürt man natürlich seinen Film auch an deswegen muss man das ganz anders urteilen das ist sehr spannend ich finde bei dem Film ist halt auch so das Geniale dieser diese Alltag scheinbare Alltagssituation wir verstecken uns irgendwo im Schrank und kriegen etwas mit wodurch sich eine ganz neue Welt öffnet so in einer kleinbürgerlichen Gegend das fand ich unglaublich packend weil du weißt ja nie ich sag nur mein Nachbar der Vampir man weiß es nicht man weiß es nicht was da passiert hinter diesen in der Vorweihnachtszeit schön beleuchteten bunten Fenstern was wissen wir doch nicht der ist doch so es ist bei mir genau das gleiche ich bin ja auch der nette Nachbar von ihm genau du weißt alles wie es bei mir hier hinter meiner Kamera ist aber aber die andere auf der anderen Seite nur weil sie geknebelt sind ruhig jetzt da hinten ja genau Ruhe habe ich gesagt ja wo die Fliesen sind mit dem Ablauf ja das sieht ja niemand hier bist du einfach so schön die zwei Seiten ja Ruhe jetzt ja genau ja geht sehr spannend ich sehe auch schon wir sind jetzt bei einer Stunde angelangt ja mein lieber Peter es war ein sehr sehr schönes Gespräch ich würde jetzt gerne noch abschließend eine Frage an dich stellen ja nämlich wenn du einen Wunsch frei hättest einen einzigen was würdest du dir wünschen ist das eine schwere Frage was würde ich mir wünschen klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch ich habe immer so also meine Freunde meine Familie sind so sehr stark verteilt auf verschiedene Länder und Städte und so weiter ich bin aber sehr gerne wirklich mit Freunden und Familie zusammen und mein Wunsch wäre eigentlich dass wir alle relativ nah beieinander wohnen uns regelmäßig sehen und so meiner Meinung nach das Optimum aus dem Leben rausholen das ist eigentlich so das kommt glaube ich auch ein bisschen aufgrund meiner Wurzeln Nordrhein-Westfalen vom Land wo man auch am Wochenende einfach öfter mal zusammensitzt du kennst ja diese es ist für mich wirklich ein Idyll dass man irgendwie am Samstag man riecht die ersten Grills und hört die Stimmen man hört so ein bisschen Musik Leute sitzen zusammen das würde ich mir wünschen eigentlich dann hoffe ich dass es vielleicht irgendwie in Erfüllung geht also gerade besonders jetzt gerade in der Corona Zeit wo man uns sowieso noch viel mehr entfernt hat aber es ist ein schöner Punkt weil du sprichst eben Familie an dass Familie sozusagen das Wichtigste finde ich sehr schön in diesem romantischen Moment verabschiede ich mich von dir vielen lieben Dank Peter dass du dir Zeit genommen hast ja danke dir hat mir viel Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder im Tonstudio ja das wäre super cool alles klar bis dann ciao ja ich hoffe es hat euch Spaß gemacht das war Peter Peter Lonzek und wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder um 20.15 Uhr mit einem neuen Überraschungsgast in dem Sinne falls euch das gefallen hat abonniert doch meinen Kanal würde mich super freuen liked dieses Video und teilt es an alle die die 80er Jahre lieben also alles in diesem Sinne bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald